Aber warum soll ich mir das anfangen? Na ja, weißt du eh, da brauchst du nicht diskutieren mit denen, kommst du eh in die Leid. So, jetzt kann ich das Aschmasse wegmachen. Was ist das denn für euch, wie das soll ich zuschauen? Das ist dann eine Minute mal in die Blase. Ja, ja, er warst ja, er darfst. Warum, ja? Ja, ich hab so eine spitze Schnauze gehabt, sorry. Und, und, ohne Weißkopf, ob ich die Weißkopf habe. Ich sag's mal, oder so. Gehen wir uns. Guten Tag. Willst du mich nicht. Aus dem Rollenski? Ja, das ist ja, der ist vorigem. Dürfen mich nicht zu machen. Schnauze bin ich. Alles zu drüben. Ich hab nicht den Runden, ne? Zeug den Runden. Kaliningrad 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 Ja, der kann ich nicht dafür ja eure Flerke spielen Wo ist denn das andere eigentlich? Alter waren wir die 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 Ja Aber, oder? Wie mein Vater? Sie haben früher Rottkirchen gesehen. Warte, die Kante ist, die Kante weg. Der Hauptschritte, der kann nicht mehr sehen. Wollt denn nur das alte Handy? Was ist denn? Gut, dann hast du dich ja wieder Angst, nein. Wir gehen ja mal weg. Ja, ich bin immer weg. Weißt du, was halt ich dann mal raus? Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, aber ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Wie haben wir gesehen? Wir haben auch gesehen, die Rottkirchen. In der Heilbank. So, nachher wir sind. Also wir sind ja auch mal in Kupferpreisen, die Rottkirchen haben, Wow, wow.